herzlich willkommen auf meinem youtube kanal das ist das allererste video das ich auf diesem kanal produziere sozusagen premiere doch zuerst einmal zu meiner person wer bin ich überhaupt warum habe ich diesen kanal erstellt und warum solltest du diesen kanal weiterhin anschauen kommen wir zu mir mein name ist stefan martin ich bin 32 jahre jung zu diesem zeitpunkt wir haben sozusagen den juli 2021 und der grund warum ich diesen kanal erstellt habe relativ simpel meine große leidenschaft mein großes hobby ist das thema fitness sport gesundheit und ernährung ich beschäftige mich schon jahrelang damit und bin immer stetig am lernen am ausprobieren am versuchen um mich selber zu entwickeln diesen kanal habe ich erstellt damit ich einfach meine reise dokumentieren kann und dir zeigen kann was ich über die jahre gelernt habe was noch lernen werde mein fortschritt zu meinem körper und was du daraus alles mitnehmen kannst denn sind wir mal ehrlich das einzigste was uns immer bei uns ist ist unser körper wir tragen uns überall hin und er ist jede sekunde bei uns doch viele wissen gar nicht wie man diesen richtig behandelt oder was passiert wenn man dieses oder jedes lebensmittel zu sich nimmt und das finde ich persönlich sehr sehr faszinierend und sehr spannend und über die themen möchte ich noch gerne viel viel mehr erfahren ich bin zwar noch kein anfänger in diesem thema aber auch noch kein experte und darum bin ich stetig am lernen ich habe über die jahre festgestellt wenn ich mir nur die videos anschaue die hörbücher anhöre oder auch die dokumentation durchlese dann verstehe ich zwar ein teil davon nur wenn ich es nicht ständig wiederhole vergesse ich das meiste und das ist relativ schade es gibt ja ein sprichwort wie man sich die sachen am besten merken kann man liest sie sich mehrmals durch man schreibt sich auf man lässt sie review passieren und man lernt sie anderen und dies mache ich dadurch mit dem ist im kanal ich lehre diese sache weiter damit du etwas lernst davon und je nachdem eine neue sichtweise erkennst denn wir können unseren körper so formen wie wir es gerne hätten der eine der möchte gerne in den bodybuilding bereich ein anderer möchte gerne ein paar kilos verlieren oder auch ein bisschen muskelmasse aufbauen und das finde ich sehr sehr cool damit man die struktur vom körper kann verändern man gibt dem körper ein lebensmittel dieser setzt einen prozess in gang und es passiert etwas er verwertet die nahrung doch wie verwertet er die nahrung was passiert mit jedem oder lebensmittel das weiß ich auch nicht immer alles und deshalb mache ich begebe ich mich auf die suche und auf die reise dies herauszufinden und so noch mehr besser mein körper zu verstehen und tiefgründiger zu schauen was man damit alles erreichen kann wenn auch du mich auf diese reise begleiten möchtest dann drücke unten der abonnieren button um kein video zu verpassen was erwartet dich in den nächsten wochen ich werde einige videos aufnehmen indem ich dir zeige was ich gelernt habe tipps und tricks für kniffe wo gibt es falsch stricke und ich hoffe dass der hilfsreiches wissen kann definitiv weitergeben wenn dir diese video gefallen hat dann lasse mir ein gefällt mir button da und wenn du sagst okay ich habe ein thema für das mich interessiert über das ich referieren soll dann schreibe es doch bitte gerne in die kommentare ich wünsche dir weiterhin alles alles gute und wir sehen uns im nächsten video